Der Ball ist hier im Spiel. Kohl hat hier vor bis zur 20-Jahrin aufgenommen wurde. Von Alexander Müller Mitte 21. Die Öhring hier ziehe langsam nach vorne. Ein Feldspieler auslöst. Und dann, er ist Daniel, der 50-Jahrin in der Vierelbepalze. In Seitenhaut. Der Ball hier unterwegs. Die Weckloss laufen. Überwitter Alexander Philipp nach vorn. Die Weckloss. 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 So, weiter geht's hier. Zweiter Person. Diesmal eine Person, der abgefangen hat. Aber die 81 der Leipziger konnte ihn nicht an sich halten. Denn hier die... So, weiter geht's. Tobias Müller, du suchst Einspringpanner. Findet leider der Ball, findet seinen Mann hier nicht. So, und der Ball ist wieder unterwegs. Alexander Schüttler, das geht hier auf heute. 1.20 Uhr, jetzt noch eine 20-Jahr-Glieder. Fürs Bar und das ist dieses Hansa Reiter. Aber wir sehen hier hinten. Der nimmt bald hier auch die Zeit überschritten, die das Team nach oben hat, um mit dem Spielzug zu stecken. So, und der Pant geht bis zur 20. Hat ihn da in Seiten aus. Damit hier kann... So, hier der Ball. Fern nach vorne, aber einiges. Durcheinander in vorn. Kein weiteres Durchgang. Der... Der bleibt sich aber auch hier kein. Der bleibt sich aber auch hier kein. Ja, super aufgepasst. Super aufgepasst. Wir sehen hier, Oliver Lulz, Winter 98, der sich auf den Beiträger bereit gemacht hat. Und noch hier der Leipzigern. Und noch hier der Pant. Der Leipzigern aufgenommen von Alexander Phillips. Er führt sich der Art Linie. Aber hier die 56 der Leipzigern hat. ganz schnell reagiert. Ganz schnell reagiert. So, weiter geht's. Der Leipzigern hat den Ball läuft dann über die rechte Seite. Hier auch ein dichtes Durcheinander der Verträge der Leipziger. Und auch hier diesmal in der Mitte. Kein Durchschlauen. Und jetzt mal rein. So und weiter geht's, wieder kurzer Basal, und wir machen die paar Rekühe, der WG-Komboein bringt, der erst und passt bis an die 10-Jahrs. So und weiter geht's, wieder kurzer Basal, und wir machen die 10-Jahrs, wieder kurzer Basal, und wir machen die 10-Jahrs, wieder kurzer Basal. Und kurzer Basal, die Nummer 25, und ich weiß, der kann den Ball leider nicht annehmen. Und jetzt wird ihr benutzt, ich mal über die Linie rüber zu schieben, und ihr geht es schon. Der Ball auf der Ruhige angezeigt, um Reprieve, herzschau'n. Hier ist doch, ja, bitte nochmal, hier ist der Kicker. Ja, das sieht gut, so ein Kicker. So, der Ball ist aufgenommen, in Höhe der 10-Jahr-Linie, und die Nummer 6, der Leipzig-Einser arbeitet sich hier von Ava. Ja, unsere Nummer 44, Henrico. Und noch die Leiden auf die Hüge über die rechte Seite, aber die Verteidiger-Rübung aufgepasst. Und ich denke, hier habe ich wenig Raum gewinnt. Und noch hier wird wieder der Anspielstation gesucht, aber der Ball dran mit den Händen, weil es dauert aber nicht liegen, hier... So, dritter Raum, und dann wieder die Anspielstation, bitte so weiter passen. Auf die Vorsitzende, er fällt dir nicht mal, behält ihn mal ein, hau' So, dritter Raum, und dann wieder die Anspielstation, bitte so weiter passen. Auf die Vorsitzende, er fällt dir nicht mal, behält ihn mal ein, hau' So, dritter Raum, und dann wieder die Anspielstation, bitte so weiter passen, aber auch hier wieder die Defense. Grundsätzlich ist es auch kurz, aber halt wieder auf die Anspielstation, auch nicht, wie man auch noch, ach, der fängt genau noch, aber... Er wird dann noch. Jetzt wird wieder die Anstiegschätzung gesucht und der Mal kommt auch an, bleibt aber auf dem Rasen liegen. Sie sehen noch einen Rheinlängel. Und wieder die Nummer 3, die Nummer 6 läuft über die Endzone mit Touchdown, jetzt also wieder 3 und auch traditionell über die Linie getragen geworfen. Was dann aber auch mit einem Publikum mehr belohnt wird, das nämlich mit Sonne. Da war auch noch der, Sie sehen, das ist gut angezeigt, für die Leipziger. So, weiter geht's hier mit dem Kick. Dann wird's den Alliance. Und das war ein weiterer Kick. Aha, wir fahren jetzt mal nach Philipp. Der hat ihn jetzt versucht, nach vorn, möglichst weit nach vorn zu verheißen. Zwei Spieler hätte er, ein Schlau-Eller ausreichen wird dann aber in der Höheklandersitzung. So, und hier war wieder der Vortrag von Alexander Philipp, aber hier bestellt von zwei Verteidigern. Das war ein kurzer Arsch auf. Unsere Nummer 25. Wo war denn überall? Europas Urwalt! Könnten sie wieder nach vorne sagen, aber auch hier nirgends. Das war so. Duste starrst, das waren unsereiv Und weiter wechseln die beiden Teams. Wenn jetzt die Seiten wechseln, dann werden erstes... Also wenn ich sage, wenn ich sage, dann kommt ich wieder. Bis auf Graf. Mit dem Kick. Und der Fuß. Ein Punkt. Der Fuß. So, der war diesmal flach. Und das ist immer ein schwieriges Ding für die gegnerische Mannschaft. Gerade dieses Ei schwer unter die Zukunft zu bringen. Und wieder kurzer Pass. Von den Lions an die rechte Seite. Auf geht Nummer 10, der dann in den Seiten ausgeht. Der Mitanlauf. Durch die Mitte. Würde sich hier das verstauen. Erarbeitet. Und wieder Pass auf. Die Wege seid ihr dabei hierzu. Für den Passentfänger. Und wieder Pass auf. Die Wege seid ihr dabei hierzu. Für den Passentfänger. Auf geht der Ball. Aber hier die Verteidiger frühzeitig zugegriffen. Und hier ein Spielzeug. Und er hat ihn weiterpasst. Und er hat angefangen von... Diese Spielzeugung geht mit einem Punt. Dein Kleinen, der Beiderwollt, cool hat aussehen, über die 20er Linie. So, und jetzt geht's. Jetzt geht's los. Jetzt läuft's über die rechte Seite. Dann ins Heidenhaus. Für ihn war hier kein Einspielschirm. Und auch hier Alexander Philipp mit der 21. Voll für Alexander Gatti Hüttern gestoppt. Alle auf! Wir haben die Reihe vor, die von der 21. Alle auf! Alle auf! Alle auf! Alle auf! Hoi! Gott schon, Gott wohl, der ist auf dem Tag mit der Reihe. Was hier die... Der eine war hier leider abgeblockt, denn auch 20 Punkte herz. 20 zu sieben und das steht jetzt an der Pfiffen und noch ein weiterer Ball bis an die 15. 5 Nummer 6 der Leipzig, der siege über die Säge seiner Aufgabe, aber dann an unsere Nummer 8. Da kann etwas mehr werden, aber dann an die 14. 14. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 21. 22. 22. 22. 24. 24. Der spielt so durch die Mitte, aber auch keinen. Und jetzt wieder die Anspielstation auf der linken Seite, so viel Ball, dann aber gut. Kurze Basse auf die rechte Seite, sofort hier gestoppt. 1, 2, 3, 5, der Ball wieder ein bisschen bedauert diesmal. Auch schnell gestoppt. Und hier wird wieder der Ball noch gefangen. Damit rüberbei hat den Ball, der Petzel, in der Arbeit feint hier. Fühlt die Offense aus Frankfurt. So, der Ball wieder unterwegs. Alexander Philipp trägt ihn vor bis 35 Jahre. Ach, ja, da ist mir zu. Und jetzt wird die Anspielstation auf der Ball gefangen von der Nummer 9. Kurz, ich werde Schmidt aber auch. Jetzt wird die Schleien. Weiterpass. Aber. Hier die Finger. Ah, der Tank geht dann. In der 50-Jahr-Linie. Insight. So, jetzt wird es hier nochmal füllen. Die Fresse auszupassen, der kurze Basse auf die Nummer 10. Aber ausgerückt. Und er passiert zu weit damit in seinen Haus. Nicht erreicht bei Dritter. Und hier ein weiter. Pass. Aber. Und noch hier wird auch die Frage, komm, der kann hier gerade noch. Patrick, weiter hier, mit einfach einem Lauf durch die Mitte, die 21, die auch direkt vor, bis an die 20-Hart-Linie kommt. Oh, dieser gute Phase, aber über den Finger abgerollt. Oh, und hier, die Flangen. Oh, hier, der Pass, aber gut abgeblockt. Und da war auch der Ball in der Hölle, der hat direkt immer gelandet. Und hier wieder einmal der Pass. Und diesmal auch hier wieder die Strafe. Diesmal besser der Höhe. Nein, 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 da passt das Abo-Handy aus. Damit jetzt vierter und der Versuch der Anzieher, dann ein Spielbund zu erzielen. Und der war zu kurz. Abgefahren nochmal, 25 Alexander Philippe, der jetzt nach vorne geht. Und am Ende der Höhe der 35er-Jahr-Klinie gestellt wird. Ja. Und hier rechnet. Deswegen 45, 10 Jahre in der Stadt der 25er-Jahr. So, der Ball passt aufgenommen. Und fast außer Kontrolle. Aber hier. So, jetzt nach vorne geht's hier. So, die 21, der lag. Sie hat den Ball aus über die rechte Seite. Hört dann, aber. Inseiten aus. Abgedrängt. Er hat 12 Jahre jetzt zu sehen. Gut, also pass auf, hier mal. Hier, Mr. 50-Jahr-Klinie. So, der Ball wieder im Spiel, wieder die 21 Jahre, hier, wieder auch die Schlacht, mit der anderen Blau, mit der nochmal 13. Und hier wieder die Anspielstation, der Pass, gesucht die Nummer 8, hat den Ball, kriegt den Ball. Aber, wieder hier der Lauf durch die Mitte, dennoch ließ mal alles zu für den Ball. Und hier der Lauf durch die Mitte, den Ball, kriegt den Ball. Und hier der Pass, der Ball, kriegt den Ball, kriegt den Ball, kriegt den Ball. Nummer 19, Christian Rudolph. Nummer 19, Christian Rudolph. Und hier wieder Alexander Philipp Ambald, der sich hier durch die Mitte durcharbeitet, auch hier fast wieder in Köstern herausarbeitet. Oh, yeah! Oh, yeah! Drickspiel! So, der von den Verteidigern gemacht hat, der von den Verteidigern, die wurden eingestellt, aber Fürsthauen! Und hier wieder Alexander Philipp Ambald, der nach vorne trägt, wird hier von mehreren Verteidigern gestoppt. Wie kommt denn so, dass sich dieser Verteidigern hingeht, ist das auch ein Werteidiger, das carritte Schuster. Die Verteidigern, die Verteidigern taste, die wilde Verteidigern bumpen. Und da, der von den Verteidigern gesagt hat, der Verteidigern, der von Kostimack auf. Das ist die Verteidigern, der von Kostimack rein, den Verteidigern, der von den Verteidigern hat, der von Kostimack nicht mehr drückt. Der hier die Schränke ist dann ins Saitenhaus. Kommt aber auch. Gut Saiten. Ich hätte aber erstmal gesucht die Anspielstation, aber... ...und setzte meine Gäste vom Jammel... Oh, ich passe hier auf die linke Seite! Oh Patrick Söger! Was braucht er noch? Oh, hier wieder der kurze Pass auf Alexander Schülle. So, jetzt alle Feierballen! 1-4, Elfaktor! Oh, wir haben das also Saitenhaus! Herr Schraub! Prostos Frankfurt! Ernst, dass das passiert? Thomas Seifert mit dem Kicker! Und er ist gut! Ich habe eine Flagge auf dem Feld! Aber eine Flagge auf dem Feld! Warte! Nehmen lasse ich ja, der Punkt ist aber gut gegeben! Ein weiterer Knick! Überschriften hinaus! Aus! Pire Klaus Und auch jeder mal wieder, da hängt es euch jetzt, hier bitte! Ah, hier sind die Vataille! Ja, der Frankfurter. Und auch hier jetzt wieder... Boah, der Druck auf, der Quarterback, der kann den Ball. Seid nur noch unkontribiert, abgeben. Ja, der Druck auf, der Quarterback, der hat den Ball. Oh, schöner Interception. Und jetzt in der Hälfte der Nachtsieger. Boah, schöner Interception. So, auf geht's hier, nach vorwärts, untermachen. 48. Schwarz-Morst, regnet den Ball bis zu 20 Jahren. So, kurzer Passaufgastner auf und der kann den Ball aber nicht halten. Halten! Diesmal Passaufgastner! Ja, dann... Zumindest den Töfter und die Hohe Früh, dann... Und auch hier wieder ein weiter Pass. Aber... Nicht erreichbar für die Passaufgänger, der Leipziger. Hier kommt den Pass. Und damit... Hier kein Raumgewinn erzielt. Hier kein Raumgewinn erzielt. So, jetzt 2.3 und 10. Friede hat sich leid. Oh, der Ball. Hier ein Zug hoch. Auch der Passiefkomplik ist dritter. Und 10. Wie hat's für die Gestarsabtik... Da warten wir mal ein bisschen vor. Da warten wir mal ein bisschen vor. Sollten fallen mir And I can't believe me 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 Oh, Kosta Basti Hatte die noch niemals in den Ball Karlein im Verteidiger Ausweich Jetzt gehören sie den Ball Der Endsohn ist gestoppen Das klappt am Ende auch Patrick Lünder wirft sich über ihn Aber natürlich Riesiger Rockengewinn Hier für die Gäste Die Damen mit einem Schlag Kurz vor der Frankfurter Endzone stehen Ja, du hast mal sie schon noch was Und da war's wieder ein weiter Pass Der auch seinen Empfänger findet Damit hat's schauen Fühlt ihr das nicht leid? Und natürlich auch hier für die Leipziger jetzt die Menschlichkeit noch für den Zusatzpunkt Wie gesagt Per Kick durch die Stangen Vielleicht ein Punkt Und noch das Hier für gut beboten von den Referees Damit Jetzt um die 7 Punkte Auf das Konto Der Lackziger Und ich krieg hier gerade auch die kurzen Notiz noch reingereichte Würstchen, Buletten und so weiter Wir sind hier noch ausreichend vorhanden Für alle die jetzt oder später Hunger verspüren Wir sind auf sie vorbereitet Ob es Kuchen noch gibt, weiß ich nicht Ob es Kuchen noch gibt, weiß ich nicht Ob es Kuchen noch gibt, weiß ich nicht Aber vielleicht kann man das ja auch noch mal durchsagen So, jetzt kommen hier wieder die Special Teams Aufs Feld 34 zu 7 34 zu 14 natürlich Hier der Stand im Mittler bei der 4. Quarter 25 zum 14 45 45 45 45 Ah, schön, hoher, kurzer Ball, aber auch hier die Richtung Leipziger in so eine Schamme. So, aus Zeitraum, Leipzig. Eben, Eben, Eben! Eben, Eben, Eben! Eben, Eben, Eben… So, der Ball durch die Mitte, , jetzt raaagun. Nein, Munschwein, oder? … ₩ 2006. Hier füge unsere Frankfurter Organs. Ah gut, der Pass auf Nummer 25, eine Kursspitze, der Ball aber nicht erreicht wird für ihn. So, diesmal macht es so, jetzt habe ich gesagt, was ich gesagt habe, ich sage, es geht Gas und kommt vor, bis an die 10-Jahr-Linie. Schöner Raum, genau, hier für Stau und in jedem Fall. So und Alexander für die Wiederbeinein, hier über den Niederlanden, heute in jeden Fall, Pespel, Pespel, Rettrug, Alexander für den 21. Ja, das wollte ich sehen! Neuer Thomas Seifert! Der! Jetzt leider nichts, als du das vom kriegst. Aber! Sechs Punkte also durchschießen! Zerstauen! So, die Zeit läuft hier wieder. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell hier wieder den Lüttern der Leipziger Stopke kommt.